Musik Musik Joseph whechen Euchen Um Das ist ein Rappen. Hier ist ein Fisch. Fisch von Bayer. Das ist so komisch. Von Bayer. Oh, das ist so komisch. Das ist so komisch. Das ist wirklich ein Rappen. Das ist wirklich ein Rappen. Ich liebe Sashimini-Bekunst. Ja. Boxtam. Ich liebe Sashimini-Bekunst. Aber das ist irgendwie so gut. Ich liebe Sashimini. Ich liebe Sashimini-Bekunst. Sehr gut. Ich liebe Sashimini-Bekunst. Ja, ja, ja. Oh, oh. 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 Oh, oh! Oh, oh. Oh. So, jetzt probiere ich erstmal die Nudeln, weil da kann man schon sehr merken wie charme das ist. Oh. 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 Oishidas, ich liebe! Oishida ist nun doch nie! Es ist sehr scharf. Aber es ist sehr scharf. Das Einzige, was ich vorschlagen würde, dass man bei diesen Sachen aufpasst. Das ist sehr schwer! Wenn man bei den Taukraus ist, wenn man bei den Taukraus stehpflüchst kann, dann kann man bei den Taukraus sein. Man kann es schauschen. Ihr könnt doch gerne haben. Wenn alles auf dem Taukrausin gehen werde, dann sollte man diesen Taukraus nicht reinhängen. So wenn man beim Taukraus auf diese Taukraus etwas ist, dann wird man vor dem Taukraus, Ich werde hier wieder kommen. Das ist wirklich echte TamTamen und man sieht ja hier am Rand sehr viel Sesam und das ist bei TamTamen sehr wichtig. Ich habe gerade auch gesehen, außer diesem Special Menü, Sie haben auch Gyozas hier und ich liebe Gyozas in Japan. Nächstes Mal probieren wir diese Gyozas. Es gibt auch TamTamen mit dem Gyozas und die normale gebratene Gyozas. Das ist sehr gut. Ich habe jetzt auch zwei. Ja, das ist 8. Das ist eine gute Sache. Das ist sehr süß, sehr süß. Fluffy, ganz frische Früchte, schmeckt wunderbar. Und was auch wichtig ist, der Schlager ist ganz lecker. Und was auch wichtig ist, dass der Schlager ist. Und ich könnte mich vorstellen. Wenn man sich die Videobeschreibung anschaut, wenn man sich die Videobeschreibung anschaut, das ist wirklich sehr schön. Verstehst du? Dann hast du Pfeffer. Pfeffer ist wichtig. Wie ist das? Viele Blätter sind. Ganz fein. Der Teig ist ganz leid. Das ist die 처음. Trですね. Ganz frisch. Ah, jetzt haben wir shirok da nicht probiert. Shirok da, das muss ich probieren. Das muss ich probieren. Das hat viele Kalorien, gell? Also ich habe jetzt schon drei Stempel bekommen. Man braucht vier Stempel und dann ein Geschenk zu bekommen. Man braucht vier Stempel. Man braucht vier Stempel. Man braucht vier Stempel. Man braucht vier Stempel. Vielen Dank. Man braucht vier Stempel. Man braucht vier Stempel. Man braucht vier Stempel. Man braucht vier Stempel, vier Stempel.